Was geht, liebe Leute? Herzlich willkommen zum weiteren Video auf meinem Zwei-Kanal auf Fieser-Dinkel und heute habe ich ein ganz besonderes Video und zwar hat NBA-Star Dennis Schröder Putzen herausgefordert, aka Adenno. Es war irgendwie random mitten in der Nacht und als ich morgens live gekommen bin und diesen Screenshot gesehen habe von Putzen, ist mir die Kinnlade runtergeklappt, ja. Also Dennis Schröder, scheinbar auch Streamer, postet das jetzt nicht großartig, aber hin und wieder ist dann mal live. Und ich hab das, glaube ich, schon mal, war das in Fortnite oder so, irgendeinem Fortnite-Spieler, Mongral oder so, keine Ahnung. Und dem hat er das wohl auch schon mal gemacht und hat gesagt, ja, mach so und so viele Kids und du bekommst so und so viel Geld und scheint echt krass korrekter Dude zu sein. Mein Cutter Franz hat das wohl zusammengeschnitten, ich hab Putzen gesagt, da soll ich mal bei Franz melden und also der, der auch die Highlights auf meinem Hauptkanal schneidet, könnt ihr gerne abchecken. Das ist überragend und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir jetzt sehen werden. Wenn da ist, wenn wir 400 Likes finden, das Video ist auch unten verlinkt. Wenn ihr noch neu dabei seid, könnt ihr gerne ein kostenloses Abo da lassen für Daily Call of Duty Awesome Content. Ich bin sehr, sehr gespannt und wir gehen einfach mal rein. Ah, okay, das ist der, das ist der originale Chatverlauf. Das ist, so heißt ihr auf Twitch auf jeden Fall, wenn ihr das mal abchecken wollt. Oh mein Gott, okay, warte, ey, okay, ich muss mich jetzt anstrengen. Wenn ich Film und Sachen Schätze abkriege, dann bin ich von Dennis Mannes, das ist Dennis Schröder, falls ihr ihn kennt. Ah, der ist gerade live sogar, guck mal, wie viele Zuschauer hat der? Von einer Stunde, also der teilt das wohl nie und so. Dreist Zuschauer, also ist relativ... Oh, die Cam, Alter. Das ist der, das ist der NBA-Star. Wer liegt denn da hinten? Da liegt einfach jemand. Aber ja, Dennis Schröder kennt ihr wahrscheinlich alle. Hier Instagram. Zwei Millionen Follower. Der hat das Video von Futzen wohl in der Story gepostet sogar. Aber der postet halt nicht, dass er live ist, der macht das so entspannt für sich selber. Also ist echt richtig, richtig krank. Und ich sag mal so, der hat so, ich denke mal, ja, wie soll ich sagen? Ich denke einfach mal, er hat ein bisschen Kohle. Aber ist das jetzt wirklich seine Frau da hinten, die da liegt? Oder ist das irgendein Dude? Kamera kann man überarbeiten. Ein paar Frakes holt er hier auf jeden Fall. Ja, dann wissen wir Bescheid. Ich muss 500 Euro verdienen. Der Basketball ist genau der. Oder 25 Kids. Das ist hart. Bro, I have to hot drop somewhere. I have to hot drop. I have to go crazy. Yeah, you go crazy. I'll get you cash, yeah. Digga, finde ich krank, ne? Sehr korrekt auf jeden Fall. Digga, das Aim alleine. Futzen kennen ja die meisten wahrscheinlich auch schon. Geist kranker Spieler. Einer oder vielleicht sogar der beste aktuelle deutsche Warsonspieler. Soll ich mir den Cam hierhin packen vielleicht? Er hat ja keine Facecam, dann geht das, glaube ich. Nice. Das ist, glaube ich, letzte Woche passiert oder so. Schmeckt. Schmeckt. Das war auch mitten in der Nacht so 4 Uhr oder 3 Uhr oder so. Ich weiß nicht ganz, wo Dennis Schröder lebt. Also, wo er spielt. Aber mit der Zeitbasierung war es bei denen dann wahrscheinlich irgendwie so abends. Boah, was ich für'n Druck hätte, ne? Als ob die alle Selfie-Wall-Farm. Oh, oh. Sieht gar nicht gut aus. Oh. Ja, ja, der hat wirklich alles gegeben. Kein Buddy-Shoot wegen Karma. M40, Marco. Schreibt gerne in die Kommentare, was so eure Lieblings-Waffen-Kompetition gerade ist. Die Tarnung ist nice, oder? Er lacht einfach. Oh mein Gott. Nein, er ist nochmal down gegangen. Dieser war shit. Oh, oh. Der teammate hat gecarriert. Die Lobby ist sehr tough. Die Lobby ist hart. Er ist nochmal down gegangen. Doch nicht. Schöner Sam-Tags. Das kann nicht sein, wie auf die Selden down gegangen. Das ist das größte Lobby I've ever seen in my life. Hallo? Bro, I feel so bad. It's like a hard Lobby. Bro, this Lobby is fucking... It's insane. Nein. Nein. Wait, did you win Lodi? Ah, yeah, I can buy a... I need you guns. Yeah, come to me. This is... Er nimmt seine Waffen einfach. Ich fass es nicht. This is wow. Er gibt ihm alles einfach. Guck mal, wie korrekt... I'm getting ready for you. You can just go. Jetzt darf er nicht mehr tun, actually. If you want, I can buy you a Lodi on this fly. Boah, stark. Ah, you're good. Wow. Yeah, yeah, fuck it. Buy me one. I'll see. Wichtige Perks mitnehmen. Fuck it. I'm about your fingers. Und der Geist jetzt eigentlich schon direkt? Drop me your money? Nee. Windend, Kampfspear. Okay. Nein, bro. Nein. This guy is shoulder-picking my ass. Nein. Guck mal was, dass wir Spieler sind. Ich hör's dir. Rechallenge. Wieder down. Bro. This is the worst lobby ever in my life. Bro, als aber fünfmal... These kids are not... Dennis, hast du deine Streamsniper auf mich geschickt? I killed them and didn't get your guns. Sind das deine was, gewaltige Streamsniper, Kollege? Hör die alle in meinen Arsch? Geil, geil geschnitten auch von Franz. Bruder, ich bin mich wirklich am anstrengen, aber ich hab grad keine Chance. Das sind die gleichen, das sind die gleichen. Nein, der Peak. Oh. Bro, look. Every gun for dive, I'm one shot. I'm probably dead, bro. Like, I'm in a really bad spot. Ich hab nix gesehen. Ich bin Natürlichkeit blütig. Ja, das darf jetzt nicht... ...verlieren. Alter, ich dachte, das wär voll... Er wär da voll durch die Lobby gegangen, aber er hatte ja GIGA die Probleme. Dieser Hitmarker-Sound, ne? Bodenlos. Finishing. Beten, dass er kein Save hat. Ey, wird ständig angeschossen. Ich drehe durch. Everything kids beam in my fucking head. Ja, ja, ja. All the names look so sweaty. Like, they're, like, nobody is bad. Like this. Yeah, no, you trick. Wow. 35. 34 Gegner nur noch. I'm on a bite. Wie hat der's gewonnen überhaupt? Digger. Die sind alle nicht schlecht. Wirklich. Das sind keine Knosses bisher. Digger. Ey, wie stressig, dass er auch zum Arn schon alleine ist. Dreh durch. Ja, kommst du aus dem Fenster nicht raus, alles falsch. Bro. Light. I got demons on me myself. Holy. Bro. I'm dead. No way. This lobby is really good. Bro. Bro. Oh, God. Look at my damage on my kids. Oh, nice. Das für eine Lobby. Nein, ist vorbei. Hä? Okay. So, you go again or not? I don't think so. I don't know. I said one more try. Wir machen noch eins. Oh, Weg, Alter. 30 kills Bonus. 20 kills 2k, 30 kills Bonus. Yes, I might fucking want to give you 10k. Hehehe. That means all of you believe in. Oh, okay. This is really good. Down for kills. Oh, okay. I have to go storage. Oder besser, wenn du 35 bis 14 machst, mache Biffle, Facebookler, wo wir streamen und aiden. Oh, okay. I have connections, oder was? I have to go storage. Muss aber wirklich abliefern. Zweite Chance noch. Aber korrekt von Dennis. Ich bin jetzt Duos eigentlich? Ja. Gerade neben war Solo Squad, glaube ich, ne? Also, Duo Squad. Das ist huge. Wieder One-Shot, Alfa. Also, ne? Lobby ist schon sportlich, Alter. Kann keiner was sagen. Bums. Zwei sogar. Stabil. Hat aber nur noch eine Platze drin. Fünf earlykits. Geiler war, wie er ihn supportet auch. Sehr korrekt. Bums. Weitere UF. Muss man halt auch ein bisschen Glück haben, ne? Nice, äh, Game-Sound von dem Kollegen da. Tschüss. Boah, Risiko. Aber den macht er easy. Ja, safety first. Und feierabend. Stabil. Was weiß, er hat 2000 für 20 Kids. Nur wenn er 40 macht, might fuck around and give you 10k, hat er, glaube ich, gesagt, ne? 10k, Junge. Sag dir, sag dir, Dennis Schröder hat so in Ordnung viel Geld. Also, er kommt so klar, oder? Also, er kriegt jeden Tag was zu essen. Schaffst du Wind? Fuck. Leider keiner drauf. Die Lobby deutlich entspannter. Deutlich entspannter. Oh, gutes Sun. Mach der. Auch mal challengen. Alles gut. Ey, Franz hat es so gut gemacht. Franz hat es so gut gemacht. Für die Zeit. Den ist echt übel korrekt, Alter. Er hat die ganze Zeit auch zugeschaut, dann einfach in seinem Stream. Feierabend. Can you use it? Uh, I have to buy one. Oh, fuck. Okay. I got you, I got you, I got you. Hold up. Ich kann nicht aufklären, was es für eine Lobby am Anfang war, ne? Nein! I didn't give him the kill, bro. I'll beat him, bro. You'll find me at night. Dieses Perk ist wirklich bohlenlos. I need to find a new place for contracts, because these kids on me are... Don't go to mines, okay? These kids, there's only two kids there and they're really good. Oh. Yeah. Ja, ja, hat an. Hinspot wurde mir auch gestern erst gezeigt. Feierabend übertrieben. You want the Yui? Uh, yeah. Am I UAV overhead? Hunt them down! What's up, brother? 14 kids. 57 live. Geiler Beat da auch im Hintergrund. Nice. Da gehen aber auch die Reports raus. Ah. Out. 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 Ab 30 bekommt er Bonus, oder was hat er geschrieben? Ihr müsst wissen, ich bin halt Streamer geworden, weil meine linke Gehirnhälfte nicht funktioniert. Deswegen kann ich mir das auch nicht merken. Oh, my God. Monkey. Oh, warum sind da zwei? Ich dachte, nur einer. Nein. Der Kiko. So, dass wir dir jetzt sagen... Und jetzt rein da. Nein. 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 Nein, was macht der da? Geil. Wie geil er mitfiebert, Alter. Oh, nice. Ah, er hat den Jus-Wix hier mitgenommen. Und... Yay! 2K in seine Tash, Alter. Geil, der hat den Ball votivor. Krank. 2K an seine Tash. 2K haben wir, aber ich will 40. Ich will die 40 ohne Tash. Ich wollte mich einfach mal interessieren, so... Wie der Bezug zum Geld dann so ist. Also 10K... Ob das dann echt so... Ja, 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 perfekt Keine Ahnung, wie soll man das schreiben? Also wie soll man das schreiben? Ist 10k 4 so, dass man da wirklich in der Zeit drüber nachdenkt? Wir versuchen alles und die hin zu wallbanken, ist krank Wichtig ist die 4 da Ja, so gut Boah, kriegt der glaube ich nicht, oder? Nein, nein, denno Nein 40k solo du auch eigentlich impossible 26 Ich sag einfach mal, wird knapp I have a fucking move, bro Imagine You got him here Imagine macht irgendwie so die 40 oder so Boah, ist ein Ersch bei Titanium auch so krass, wie viel Schaden die Somme macht, ne? Ja, weißt du es? 27 Wir spielen jetzt nicht so eine Runde, wenn man schon weiß, man hat 2k gewonnen Es ist okay, oder? Oh Oh 2 people here Ja, ja 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 Wir versuchen ihn Sie wissen aber nicht, wer auf sie wartet da jetzt Weil es knackt jetzt komplett Schade da Ich bin gar nichts Denn Es knackt komplett 29 Und dann gibt es 2 Leute auf dieser Runde Boah, wichtige Claymoser Nein Oh, Junge Noch einer Nein, nein, Emote Ja Geil Ich glaube, der Putz ist bei sowas noch Aufgeregt dann Oh Was für eine Zensi eigentlich Junge No, I see him Oh 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 Bounty is a swap, bro Kröte ist halt drin, ne? I can shoot like a bot I'm baiting Oh, wait, hold on No, no, you good, you good Oh, come Schnappschluss ist halt Ich sag echt übel unkorrekt Ey, wird so gepressured, oh mein Gott Willst du keinen Headshot-Snipe jetzt oder so? No way you went in the car, bro Yeah Oh Er braucht so viele Kids Aber ist halt drin, ne? Teammate hat den Ball, theoretisch Er steht an der Station Oh, you idiot, bro Ich hätt ihm die CK gegönnt, Alter, sag ich dir ehrlich Yeah, yeah, yeah We need the fucking buyback I'm not the money on the buy Oh, they're on the top here, bro Oh mein Gott, I didn't shake it down 4 Leute nur noch live Also 4 Gegner Wie korrekt der Dude, ey, er ist die ganze Zeit Let's be the last 2v2, bro Nein Oh Nein Er ist zu grebe it Perfekt? Perfekt? I don't know Mich stresst das gerade, dieses Hochgehen, ne? Yeah, yeah, yeah Ich sehe sie, sieh in der Top hier, bro Es wird hier Nein Man, wie Gabe, alles bleibt aus, sieh krank Oh, fuck, bro So close So close So close Niiiite Are they pushing you? Oh Na, they're on the rock I'm pissed, bro Yeah, you're so, you coulda got 40 as well Hey, das ist so easy, 40 machen können, real talk I'm happy and pissed at the same time, you know I know, bro, you're so close to the 40 You have 14k damage 14.000 Schaden ist heftig Wait, wait, he took it Nein, nein Oh, sie sind aber nicht schlecht, holy shit I'll let them rest, okay? I mean, I don't know, bro If they don't have a buy, it's gonna be impossible I know, but... Hä? Haben sie doch nicht... Na, verstehe ich's nicht Haben die doch kein... Hä? Waren ich am Anfang 60 Teams? I can buy you this place, hold up You drop me my money Then I'm gonna act like I'm bought again Was bad me denn vom Buyback die ganze Zeit? Ich bin so glücklich, aber ich bin so mad So im gleichen Moment, wisst ihr was ich meine? Ich hätte den 40er hier machen können, bro Für 10k, Junge In front of me, he's like at the bottom rock In this corner here In this corner here One of them Is there a danger? There's one danger Is there any danger? No oli Weihnacht Du 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 No way Bro Ah, schade We got the 30s, so I'm happier for you, bro Bro das fack mich gerade so af, ne? Das ist verrückt Oh mein Gott Ich hätte 10k mitnehmen können I know what you mean, you could have had the 40 bro I should have Yeah, oh that's so unlovely Aber immerhin ne Aber Dennis Bruder, Dennis, ich küsse dein Herz, Bruder, danke schön für diese Wette, man Das ist auch schon krass, außer auf Kommando, das ist schon heftig 2,5k 2,5k Okay, voll gespielt Ey, Chad Erstmal, lass mal ne Liebe da an der Boah, in der gleichen Zeit Fuck Dennis Bruder, danke schön für die Wette, man Sie haben Zeitung von Dennis Schröder erhalten, geil Hilf dich, Alter, ja, nice Leute, ich hoffe sehr, euch hat die Reaction gefallen, wir sehen uns beim nächsten Video, macht's gut Und ja, rüssel dann in die Runde, tschüss, tschüss, tschüss Wenn ich alles verliere, deshalb bleib ich bei dir Wuppertal Wir haben uns beim ersten Mal Ich bin ein paar Bilder im